Ich habe Graumalerei eingesetzt, ein bisschen Marmorierung oder Steinimitation, was wir auch im Seminar hatten. Und so ist mein erstes wirklich großformatiges Wandbild entstanden. Und ich bin richtig froh, richtig glücklich, fix und fertig nach fünf Tagen intensiven Wahlwochen und Abschlussbild, aber es hat sich so gelohnt. Eigentlich verschiedene Techniken und Ansichten, die ich gelernt habe in den verschiedenen Kursen, will ich in diesem Abschlussbild vereinen. Musik 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020